Herzlich Willkommen, mein Name ist Xenox und das ist Rainbow's Siege locker auf der Map Charlotte und Team Deathmatch Bereich sichern. Wir sind die Angreifer und sie wurde Jekyll weggeschnappt, darum spiele ich Black Pearl mit diesem tollen Headshot Ante-Abwehr-Schildsystem 2.3. Ja, am heutigen Tag werde ich euch zwei Videos versuchen hochzuladen und eine Frage gleich am Anfang. In der Infobox, also das ist an der Seite, wo ihr auch die Grafiken so einstellen könnt, hat es oben ein i oder dass ihr euch ein Video einblendet. Ich weiß nicht, wie das gemacht wird. Bitte klickt drauf und stimmt ab welchen Operator ich mir von der Season White Noise als allererstes kaufen sollte. Entweder die polnische Angreiferin oder der koreanische Verteidiger mit der ballistischen Maske, wo unsichtbar von Drohne ist oder halt die Ashlike mit ihrem Granatwerfer. Wo aber natürlich nicht Ashlike ist, weil sie ein bisschen andere Sachen kann, sie hat auch Betäubung und so und so weiter. Ähm, geh mal weg wieder. So, jetzt gucken wir hier mal. Was haben wir hier dafür? Irgendwie ist das komisch, ich wusste, Black Pearl ladet nicht automatisch nach. Okay, komm doch. Oh mein Gott, mich hat es schon wieder... Heute, ich habe vorher eine... Okay, das ist ganz ehrlich, ich habe vorher eine Runde aufgenommen. Und da habe ich so krass verkackt, da wurde ich immer getintelt, da wurde ich gesagt habe, ich fange nochmal von Neuem. Gut, ich habe nochmal von Neuem angefangen, was passiert. Ich wurde wieder am Anfang umgebracht. Und ich werde diese Ladezeiten immer auslassen. Ja, das ist das Neue, darum muss ich mich daran gewöhnen, dann nicht mehr zu reden, weil sonst sage ich den ganzen Content dann, wenn ich es ausschneide. Das war halt ziemlich doof. Und so, ja, wenn ich jetzt so bin, kann ich auch was erklären. Und ich gucke mal den anderen hier. Natürlich Gläschen mit seinem wunderschönen Aim. Ähm, jemand, wo nicht weiß, was passiert. Und noch ein anderer, wo nicht weiß, was passiert. Jawohl, IQ. Jawohl. Okay, sie geht nach unten und was wird sie machen? Sie dreht sich um und sie ist tot. Ja, West in Peace. Und wir sehen uns gleich wieder. So, liebe Leute, wir spielen mal wieder wunderschönen Tag. Ähm, was habe ich mit dem scheiß Tanker? Ähm, Kapkan. Und äh, also das werde ich hier kurz aufmachen. Wir werden sich vielleicht keine Kapkan Ladung erwarten. So, ne, ich lasse es so. So, wo haben wir die Flitschsträme? So, wo haben wir die Flitschsträme? Mhm. Hm. Hm. Rüstung nehmen. Schnell, schnell, sonst kriege ich noch eine Wallbang Headshot. Und hier noch eine. Sehr schnell weg. ich muss hier hinten noch rein forsen no ok ok gut da wird schon aufgemacht hätte sein können hätte sein können nein 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 ich glaube ich bleibe ich wurde schon wieder am anfang gebracht ist doch so traurig jedes mal ich will die aufnahmen nicht noch mal für neu starten ich habe nicht so viel zeit aber die erste aufnahme verkackt jetzt habe ich nicht mal viel zeit alter was ist heute los was geht heute ab was ist das scheiß das richtig geht also wollte nur eine tolle hoch 30 unterwegs sind ich nehme nicht wieder mittag auf nie wieder so liebe leute mir wurde mal wieder jackel weggenommen weil ich zu lange geladen habe also ich lade in letzter Zeit ziemlich oft und das liegt vielleicht wenn ich das Fenster offen habe oder ich habe keine ahnung heutigen so oder so alles schief mit meinem pizza am anfang stimmte was nicht erlegte und das ist halt ein bisschen belastet gerade ein bisschen das regt mich halt schon ein bisschen auf das ist halt schon wirklich brutal gay komm schon kommt man hier natürlich mit Fingerspitzengefühl jawohl ok gut natürlich der hat eine ok gut ich scanne mal gut meine drohne lebt noch wir haben einen jackel einen glace einen füge und ein iq so da oben ist sicher jemand ok gut da wurde aufgemacht das war so klar helis ich lasse jackel zuerst gehen naja ich gehe nicht da hoch so ich renne hier gut durch so wo boah alter sunk nicht komm schon glace hol ihn dir das kann doch nicht sein jedes mal ich nehme leute wirklich ich nehme nie wieder mittag auf das ist halt einfach so gay mit 30 guck mal der trifft nichts wo the fuck was 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 geht jetzt auf junge die luft kann ich nicht umbringen noch nicht wo ist doch du opfer du mach was aber zu schnell ah na geil lol wo the fuck perfekt so fuse mach jetzt ein double kill ok das ist halt schon ein bisschen gay nein fuse nimm dein schild du brauchst dein schild zerstör bitte da die wenn er jetzt durch blitzen äh bandage stirbt dann heule ich so krass warm geist heim oh mein gott fuse fuse ach gott was macht der mein gott das ist zum glück ist das keine rank sonst hätte ich jetzt geholt sonst hätte ich jetzt geholt bandit 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 ähm bandit da 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 unten ähm mit mir holen die oder holt ihn euch also er ist nicht im raum vielleicht belastet Der ist echt ein bisschen belastender, aber mal schauen, was der Q jetzt dazu sagt. So Leute, und wenn euch das gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns dann im nächsten Video von Rainbow Six Siege. Haut rein, ciao, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.